So, meine Damen und Herren, sind Sie jetzt bitte wieder etwas ernst und wir wollen in die Tagesordnung einsteigen. Wir beginnen mit der Aktuellen Stunde, Fraktion der SPD, das ist der Tagesordnungspunkt 88. Hessens Innenminister Beuth muss endlich handeln, Freiwillige Feuerwehren brauchen endlich wieder Ausbildungsmöglichkeiten, Drucksache 20 5581. Zu Beginn der Kollege Tobias Eckert von den Sozialdemokraten schalten wir die Uhrzeit an, gestern Abend. Gut, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Aktiven in den Einsatzabteilungen unserer Feuerwehren in Hessen verdienen unsere aller Wertschätzung, unsere Unterstützung, unsere Solidarität. Was Sie dabei nicht brauchen, ist ein Innenminister, der dies in schönen Sonntagsreden zwar betont, sieht aber dann in einer solchen herausfordernden Situation, wie der Corona-Pandemie alleine im Regen stehen lässt, meine Damen und Herren. Es ist eine Frage der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Hessen und des Respekts vor dem wichtigen Ehrenamt der Einsatzkräfte. Wie halten wir das hohe Niveau unserer Wehren aufrecht? Wie schulen wir den Nachwuchs? Wie geben wir bei allen Herausforderungen der Pandemie Ihnen eine Möglichkeit, damit auch in dieser schweren Zeit die Einsatzkräfte ihre wertvolle Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land leisten können? Es kann doch nicht sein, dass Sie, Herr Innenminister, mit dem faktischen Verbot aller Lehrgänger auf Kreis- und Ortsebenen durch die Vorgabe von Inzidenzen von unter 35, man höre und staune, die Einsatzkräfte in echte Probleme laufen lassen. Ich kann eben nicht den Maschinistenlehrgang, die Funke und viel anderes mehr auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertrösten. Es braucht doch Pläne und Ziele, wie wir es trotz Pandemie schaffen können, meine Damen und Herren. Die Wehren, die Kreisfeuerwehrverbände, der Landesfeuerwehrverband bieten vielfältige Lösungsvorschläge bei Onlineschulungen, kleingruppige Präsenzschulungen, ob mit oder ohne Feuerwehrquarantäne. All diese Vorschläge liegen auf dem Tisch, meine Damen und Herren. All das bieten die Wehren Ihnen an, Herr Beuth. Aber Sie sind bei dieser Thematik die Personifizierung der berühmten drei Affen. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, meine Damen und Herren. Das will ich an der Stelle auch sehr deutlich sagen. Das hat mit verantwortungsvoller Politik in der Pandemie definitiv nichts zu tun. Aus- und Weiterbildung dürfen nicht einfach eingestellt werden. Infektionsschutzkonzepte dafür sind möglich. Die freiwilligen Feuerwehrmitglieder müssen sich schnellstmöglich wieder ausbilden, weiterqualifizieren können. Es ist, wie gesagt, eine Frage der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes und des Respekts mit dem wichtigen Ehrenamt der Einsatzkräfte. Für die Wehren kommt erschwerend hinzu, dass auch die Landesfeuerwehrschule aufgrund der Corona-Pandemie seit einem halben Jahr keine Lehrgänge für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren mehr anbietet. Es gibt bei uns in Hessen außerhalb der großen Städte keine Berufsfeuerwehren. Deswegen ist die Ausbildung von Nachwuchskräften und Fortbildung für die Einsatzfähigkeit der freiwilligen Feuerwehren durch Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule unerlässlich. Statt ein Corona-Konzept zu erarbeiten, haben Sie sich, Herr Innenminister, aber entschieden, die Ausbildung einfach einzustellen. Wir fordern Sie heute auf, ändern Sie diese Fehlentscheidung umgehend, Herr Minister. Meine Damen und Herren, die Einsatzkräfte der Feuerwehren sind es gewohnt. Es ist ihre Passion, dann da zu sein, wenn andere Hilfe brauchen. Die Corona-Pandemie zwingt uns alle in unserem Alltag, Abstand zu halten, Masken zu tragen und vieles andere mehr. Aber all das funktioniert im Einsatzfall nicht. All das, wenn Männer und Frauen der Wehren für andere da sind, dann steht die Hilfe im Vordergrund. Weil Sie dieses dann tun, um anderen zu helfen, braucht es unsere Unterstützung, unsere Unterstützung für die Einsatzkräfte durch die Politik. Und dann braucht es auch Ihre Impfung, meine Damen und Herren. Und dazu gehört für uns und für viele andere der Impfschutz für die Aktiven in den Feuerwehren in ganz Hessen. Retter ohne Schutz, die korrekte Zusammenfassung des Landesfeuerwehrverbandes zum Verhalten der Landesregierung in dieser Angelegenheit macht deutlich, wie Sie, meine Damen und Herren der Landesregierung, unverantwortlich gegenüber den ehrenamtlichen Einsatzkräften in unserem Land handeln. Meine Damen und Herren, ich will deswegen das noch einmal sehr deutlich sagen. Wenn die Pandemie die Stunde der Exekutive sein soll, dann hat genau diese in diesem Bereich auf ganzer Linie versagt. Meine Damen und Herren, es geht nicht nur um das Vorziehen in die Prioritätengruppe 2. Damit ist es nicht getan. Was im Übrigen andere, wie Boris Pistorius in Niedersachsen, getan hat und die Landesregierung völlig überrascht war, dass das geht und dass man überhaupt auf die Idee kommen könnte. Aber nein, es geht auch um die Art und Weise, von oben herab einfach die Helfer und Helferinnen in der Not selbst im Regen stehen zu lassen. So geht man nicht miteinander um, Herr Beuth. Herr Präsident, damit komme ich auch zum Schluss. Auf Ihre Ankündigung, Herr Minister, zu landesweiten Sonderimpftagen warten die Wehren bislang vergeblich. Die Feuerwehren in unserem Land brauchen keinen Minister der schönen Worte. Sie brauchen echte Unterstützung und echtes Miteinander. Sie, Herr Beuth, sind da der Falsche dafür. Das zeigt die Corona-Krise wieder einmal deutlich. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Eckert. – Das Wort hat der Abg. Markus Hofmann, BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Feuerwehren in Hessen mit ihren über 2.430 freiwilligen Orts- und Stadt- und Stadtteilfeuerwehren sowie die rund 1.900 Feuerwehrbeamtinnen sind, wie alle Teile der Bevölkerung, von den Einschränkungen der Corona-Pandemie stark betroffen. So musste der Lehr- und Ausbildungsbetrieb in der Landesfeuerwehrschule teilweise unterbrochen werden. Die notwendige Reduzierung der Praxisanteile der Ausbildung werden aber durch E-Learning und Videokonferenzen versucht auszugleichen. Das bedeutet, neue Wege gehen bei der Ausbildungsaktivität mit kleinen Gruppen, mit Online-Formaten, wobei ganz neu ist das ja nicht, denn der E-Gruppenführer ist schon seit 2018 am Start. Gerade theoretische Anteile der Ausbildung lassen sich sehr gut online vermitteln. So wurde erst in der 14. KW 5 F3-Lehrgänge, also die Gruppenführerlehrgänge für die freiwilligen Feuerwehren, fortgeführt, und zwar online. An der Landesfeuerwehrschule wurden digitale Lernplattformen eingerichtet, die umfangreiche Lehr- und Lernunterlagen speziell für die Standortausbildung anbieten und zudem Lehrgänge und Seminare auf Kreisebene mit einbeziehen. Zudem müssen Schutz- und Hygienemaßnahmen seit Ausbruch der Pandemie in allen Einsatzsituationen integriert werden. Das ist, meine Damen und Herren, den hessischen Berufs- und Freiwilligenfeuerwehren bislang sehr gut gelungen. Die Landkreise können außerdem eigene E-Learning-Angebote erstellen. Im Landkreis Fulda zum Beispiel wurde erst kürzlich die Feuerwehrausbildung 2.0 eingeläutet, in dem eine Live-Ausbildung aus einem neu eingerichteten Videostudio des Kreisfeuerwehrverbandes mit den Teilnehmenden vor den Bildschirmen stattfinden kann. Das Landesförderprogramm Gemeinsam aktiv Bürgerengagement in Hessen unterstützt diesen Aufbau. In Ihrem Antrag, liebe SPD, schreiben Sie, dass die Freiwilligenfeuerwehren keine Ausbildung erfahren. Das ist also schon einmal faktisch falsch. Sie schreiben in Ihrem Antrag, alternative Ausbildungen per Online-Veranstaltung sind zu prüfen. In welcher Realität leben Sie eigentlich? Haben Sie sich ein einziges Mal auf der Webseite der Landesförderung umgeschaut und die Angebote sich angeschaut? Ich vermute, nein. Kommen wir zu dem SPD-Antrag der Impfpriorisierung. Aus gutem Grund, meine Damen und Herren, gibt es eine Priorisierung von Gruppen. Das Land Hessen hat sich an die Empfehlung der STIKO bzw. der Coronavirus-Impfverordnung gehalten. Wenn wir uns die Prio-Listen anschauen, erkennen wir, dass wir alte, kranke, schwache und Menschen mit schwerwiegenden Vorerkrankungen in der Priorisierung vorgezogen haben und auch weiter vorziehen müssen. Eine Erkrankung an SARS-CoV-2 hat in diesen Prio-Gruppen 1 und 2 schwerwiegende bis tödliche Folgen. Eine höhere Priorisierung der freiwilligen Feuerwehren hätte aufgrund des geringen Bestandes an Impfstoffen dazu geführt, dass andere vulnerable Gruppen einen deutlich erhöhten Gefahr ausgesetzt wären. Wenn Sie sich die Mortalität in diesen Prio-Gruppen anschauen, dann wissen Sie, was ich meine. Mit der Eröffnung der Prio-Gruppe 3 haben jetzt Einsatzkräfte die Möglichkeiten, sich im geordneten Verfahren impfen zu lassen. Die Voraussetzungen hierfür wurden schon mit dem Schreiben vom 6. April 2021 seitens des hessischen Innenministeriums an die obere Brandschutzbehörde, den Katastrophenschutzbehörden, Landesfeuerwehrschule, hessische Jugendfeuerwehr, die Berufsfeuerwehren, DRK, DLRG, Johanniter Maltese, also alle Blaulichtorganisationen weitergeleitet. In diesem Schreiben wurde vor drei Wochen darauf hingewiesen, dass, um ein schnelles und sicheres Impfen von Einsatzkräften zu ermöglichen, die Feuerwehren jeweils Listen mit impfwilligen Einsatzkräften zu erstellen und zu planen haben. Durch diese Vorbereitung konnten zum Beispiel im Kreis Fulda vorgestern die ersten 200 Einsatzkräfte geimpft werden. In den nächsten zehn bis zwölf Tagen, meine Damen und Herren, sollen insgesamt 2.700 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Katastrophenschutz im Kreis Fulda geimpft werden. Wenn andere Landkreise auch so fix sind, dann haben sich viele Punkte, die Sie, liebe SPD, in Ihren Anträgen monieren, schlicht erledigt. Ich vermute ja, die ehemalige Kommunalpartei SPD will sich für den kommenden Montag, dem Internationalen Tag der Feuerwehren, als Retter des Feuerwehrwesens positionieren. Aber anstatt in Ihrem Antrag zu spalten, Frau Faeser, ja, das tun Sie ja nämlich, denn die Brio-Gruppen gegeneinander ausspielen, ist kein gutes und probates Mittel. Sollten Sie vielleicht jeder Feuerwehrfrau und jedem Feuerwehrmann erklären, warum die Landesregierung erst die Impfung der Großeltern und dann die Impfung der Eltern der Einsatzkräfte vorzieht? Ich bin mir sicher, die Einsatzkräfte werden dafür Verständnis haben. Wenn Sie das tun würden, Frau Faeser, dann hätten Sie wirklich etwas für die Feuerwehren getan. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Uwe Serke, CDU-Fraktion. Uwe, auf geht's. Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die hessischen Feuerwehren leisten einen wichtigen und unverzichtbaren Dienst für die Sicherheit unserer Gesellschaft. Mit ihren über 70.000 ehrenamtlich Engagierten haben die freiwilligen Feuerwehren einen großen Anteil daran. Sie genießen zu Recht hohes Ansehen und Vertrauen in der Bevölkerung. Auch jetzt, während der Pandemie, sind die Einsatzkräfte bereit, Menschenleben zu retten, obwohl sie sich derzeit einer noch größeren Gefährdung als ohnehin schon aussetzen müssen. Dafür gebührt Ihnen unser aller Dank und Anerkennung. Meine Damen und Herren, in der jetzigen Krise sind wir alle von erheblichen Einschränkungen betroffen. Das gilt auch für die Feuerwehren, und zwar in besonderem Maße. Denn Feuerwehren gehören unzweifelhaft zur kritischen Infrastruktur unseres Bundeslandes, deren Einsatzbereitschaft auch während der Corona-Krise unbedingt erhalten bleiben muss. Daher ist es nachvollziehbar, dass bei Übungen und bei Ausbildungen besondere Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Gesundheit der Einsatzkräfte zu schützen. So mussten mittlerweile die meisten treiblichen Feuerwehren die Präsenzausbildung wegen hoher Inzidenzwerte einstellen. Bei Lehrgängen zur Aus- und Fortbildung hat die Landesfeuerwehrschule in Kassel ihre Kapazitäten heruntergefahren und den Präsenzbetrieb zunächst nur für die Berufsfeuerwehren aufrechterhalten. Das ist übrigens nicht nur in Hessen der Fall. Das wird dann Feuerwehrschulen in anderen Bundesländern, beispielsweise Rheinland-Pfalz, ähnlich gehandhabt. Meine Damen und Herren, grundlegend gilt, bei allen einschränkenden Entscheidungen geht es um eine verantwortungsvolle Abwägung zwischen der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Feuerwehrleute und der Möglichkeit, Übungen abzuhalten und Ausbildungen durchzuführen. Viele der Aktiven, mit denen ich seit Beginn der Pandemie gesprochen habe, akzeptieren die notwendigen Einschränkungen und äußern Verständnis für die angeordneten Maßnahmen. Doch wie in allen Teilen der Bevölkerung wächst auch bei den Feuerwehren der Unmut, je länger die Maßnahmen andauern. Das ist menschlich nachvollziehbar, und dafür habe ich großes Verständnis. Meine Damen und Herren, doch wie ist denn nun derzeit die Lage? Schauen wir uns einmal die Gegenwart an und wagen einen Ausblick. Die Landesfeuerwehrschule hat eine digitale Lernplattform eingerichtet, die einen Online-Unterricht ermöglicht. So konnte ich beispielsweise am Dienstag einem jungen Feuerwehrmann aus meinem Wahlkreis gratulieren. Er hat sich im Sommer 2020 für einen E-Learning-Lehrgang bei der Landesfeuerwehrschule angemeldet, zu Hause mit digitalen Unterlagen gearbeitet und nun den Lehrgang zum Gruppenführer erfolgreich online beendet. Die weitere Planung der Landesfeuerwehrschule sieht vor, alle unterbrochenen Kurse in den kommenden Wochen digital fortzuführen und weitere neue Kurse teilweise auch als reine Online-Kurse zu starten. Ergänzt wird dies durch Online-Übungen der Kreisfeuerwehrverbände und der Wehren vor Ort. Meine Damen und Herren, ergänzend dazu wurden Anfang April vom Innenminister 600.000 Antigen-Schnelltests zugesagt, um die Ausbildung und Übung der Feuerwehren an den Standorten noch sicherer zu machen. Das ermöglicht den Kameradinnen und Kameraden, sich nach vorherigem Test wieder mit einem guten Sicherheitsgefühl treffen und die notwendigen Handgriffe und Einsatzsituationen üben zu können. Auch für das Miteinander und die Motivation wird dies einen positiven Schub geben. Das entscheidende Werkzeug zur Überwindung der Pandemie ist allerdings das Impfen. Es ist deshalb von großer Bedeutung, dass die Landesregierung am vergangenen Freitag beschlossen hat, die Prio-Gruppe 3 zu öffnen. Denn nun können sich die Einsatzkräfte der Feuerwehren für einen Impftermin anmelden und geimpft werden. In vielen Städten und Kreisen wurde sofort reagiert und bereits am vergangenen Wochenende bzw. in dieser Woche in Sondeterminen mit Gruppenimpfungen für die Feuerwehren begonnen. Weitere werden folgen, sodass wir davon ausgehen können, dass die Feuerwehrkräfte relativ schnell durchgeimpft sind. Werte Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, es wurde und wird gehandelt. Dafür bedanke ich mich bei Innenminister Peter Beuth, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem gesamten Krisenstab. Die Anträge der SPD lehnen wir ab, denn der Innenminister arbeitet, an guten und klugen Lösungen, übrigens, soweit mir bekannt ist, in enger Abstimmung und im Einvernehmen mit dem Landesfeuerwehrverband. Gemeinsam tun wir alles dafür, während und nach der Pandemie einsatzfähige und leistungsstarke Feuerwehren in den Einsatzabteilungen, aber auch bei den Jugendfeuerwehren zu haben. Es bleibt natürlich vorerst eine schwierige Situation, aber wir gehen einen guten Weg in Richtung Normalität. Einerseits hin zu möglichst sicheren Einsätzen und andererseits zurück zu einem gewohnten Präsenzausbildungs- und Übungsbetrieb. Beides mit maximalem Schutz für alle Kameradinnen und Kameraden. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Kollege Uwe Serke. Jetzt kommt als Nächster Kollege Stefan Müller, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Selten habe ich erlebt, dass Worte und Taten so weit auseinanderfallen, wie gerade eben bei diesem Thema. Selbst bei dieser Landesregierung habe ich das so nicht erlaubt. Ich bin schon wirklich sehr verwundert, wenn man hier sagt, dass das Impfen das Wichtigste ist, um die Sicherheit der Feuerwehrleute zu bewährleisten, aber halt nicht vorwärtskommt damit. Was ist denn gewesen in den letzten Wochen und Monaten? Es war doch möglich, andere Gruppen in die Impfgruppe 2, Priorität 2 aufzunehmen. Wenn gemeinsam die Feuerwehrleute mit Polizei und Rettungsdienst ausrücken und die Ehrenamtler am Ende vor Ort sind, die Erstmaßnahmen ergreifen, die Leute aus den Wagen rausschneiden, aber nicht geimpft sind als Einzige, das müssen Sie den Ehrenamtlichen einmal erklären. Da reicht es nicht, darauf hinzuweisen, dass es jetzt eine Impfgruppe 3 gibt, die sich anmelden kann. Es ist ja super, wenn sich seit letzter Woche die Impfgruppe 3 melden kann. Es ist toll, wenn sich die Vertreter von GRÜNEN und CDU freuen, dass die Landkreise jetzt endlich handeln. Ja, das mag sein. Aber das ist genau das Problem. Das Land hat eben nicht gehandelt, und das Land hat die Feuerwehrleute im Regen stehen lassen viele Wochen lang. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und CDU, vereinzelt CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Da sieht Wertschätzung eben anders aus. Wenn man sich jetzt gemeinsam mit 1,5 Millionen anderen Menschen in der Impfgruppe 3 anmelden kann und einen Termin reservieren lassen kann, dann ist das das eine. Aber es ist eben nicht das, was man an Wertschätzung erwartet, wenn man in fürchterlichen Situationen ausrückt und dann auch in direkten Kontakt kommt und sich selbst gefährdet. Das sind eben der Unterschied zwischen Sonntagsreden und konkreten Handeln. Es ist weder besonnen noch beherzt gewesen, was hier die Landesregierung gemacht hat. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Feuerwehrbeamtinnen und Beamten und Leute, wenn Sie nämlich ein Atemschutzräteträger sind und schon seit Wochen und Monaten keine Übungen mehr machen konnten, den Parcours nicht durchlaufen konnten, den Gesundheitscheck nicht machen konnten, dann gefährden Sie nicht nur Ihr eigenes Leben, dann gefährden Sie auch den Einsatz. Und das muss man doch mal sich vor Augen führen. Und wenn es dann einen Erlass gibt, dass man über einer Inzidenz von 35 keine Kreislehrgänge mehr durchführen darf, meine Damen und Herren, in welcher Welt leben wir denn? Und jetzt werden endlich Schnelltests bereitgestellt. Diese Schnelltests hätten schon vor Wochen bei den Feuerwehren sein müssen, damit sie ihren Übungsbetrieb wieder aufnehmen können. Hier geht es um Expertise, um Professionalität, auch im Einsatz. Und die hätte man auch schon seit Wochen und Monaten mit Schnelltests gewährleisten können. Und auch hier war es wieder kein besonderes und beherztes Handeln der Landesregierung. Und wenn ich dann sehe, dass gerade das Ehrenamt immer hier hochgehalten wird in allen Sonntagsreden. Und dann, wenn es darauf ankommt, dann handelt man bei allen Bereichen, aber nicht beim Ehrenamt. Und das betrifft hier ganz insbesondere eben die Feuerwehrleute. Und es betrifft auch in vielen anderen Bereichen, in Vereinen und andere, die eben nicht irgendwelche besondere Wertschätzung genießen und andere Berufsgruppen werden dann eben vorgezogen und entsprechend bevorzugt. Und ich glaube, wenn man immer das Ehrenamt hochhält, dann müsste man auch entsprechend handeln. Das ist hier seitens der Landesregierung nicht passiert. Dem erhöhten Infektionsrisiko kann man nur durch Impfen entgegentreten. Deswegen ist es richtig, wenn die Landkreise jetzt zügig vorgehen und Impftage bereitstellen. Und sie brauchen dafür aber auch entsprechend Impfstoff. Und das wäre schon schön, wenn zusätzlicher Impfstoff seitens des Landes dann auch speziell für solche Impftage der Landkreise bereitgestellt würde. Weil das Verständnis in der Bevölkerung dafür, dass die Feuerwehrleute schneller geimpft werden müssen, ist vorhanden. Keiner würde sagen, dass man sich nicht da hinten anstellen würde, wenn diejenigen, die einen im Notfall retten wollen, endlich geimpft werden müssen. Und das ist ein Ziel, das die Landesregierung jetzt endlich angehen muss. Mehr Impfstoff für die Landkreise, speziell für diese Gruppen, um dort die Impfung schnell durchzuführen. Ich glaube auch, dass als Nächstes dringend der Erlass geändert werden muss. Wir werden auf Monate hinweg keine Inzidenz von 35 erreichen, selbst wenn wir impfen. Aber wir sind eben leider Schlusslicht beim Impfen und es dauert alles etwas länger in Hessen. Und deswegen glaube ich, wäre es dringend erforderlich, diesen Erlass anzupassen. Jedenfalls die vorhandenen Testmöglichkeiten jetzt endlich einzubinden, damit die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden ihre Übungen wieder aufnehmen können, damit sie wieder sicher in den Einsatz fahren können und damit sie das auch wieder trainieren können, was sie eben für den täglichen Einsatz brauchen. Meine Damen und Herren, wir haben einen dringlichen Berichtsantrag eingestellt, um noch einmal die Zahlen deutlich zu machen, wie viele Kurse eben nicht stattgefunden haben, wie viele Maschinistenlehrgänge und Artenschutzgeräteträgerlehrgänge nicht stattgefunden haben. Und die sind eben entscheidend, und die kann ich auch nicht per E-Learning durchführen, was die Landesfeuerwehrschule in Sachen E-Learning macht, ist gut. Ich war dort, ich habe es mir angeschaut, das ist gut. Aber das geht in manchen Bereichen eben nicht. Und das hat bei den Maschinisten seine Grenzen, das hat auch bei den Artenschutzgeräteträgern seine Grenzen. Und damit gefährden wir den Einsatz vor Ort. Wenn der Schlauch nicht schnell genug angeschlossen werden kann, wenn nicht genügend Leute im Einsatzwagen sitzen können, also vor Ort auch nicht direkt die Erstmaßnahmen ergreifen können, dann haben wir dort ein Problem. Und hier hat man monatelang verschlafen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das voranzutreiben. Deswegen, meine Damen und Herren, werden wir auch den beiden Anträgen der SPD zustimmen und uns im Innenausschuss weiterhin mit diesem Thema nächste Woche beschäftigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Stefan Müller. Es ist immer schön, wenn der Kollege Müller hier war, dann brauche ich nicht mehr verstellen. Verehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, heute geht es um die Lage der Feuerwehr in Hessen. Seit Corona wird die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr stark eingeschränkt. Aber eine gut funktionierende Freiwillige Feuerwehr ist unverzichtbar für die Sicherheit im Land. Uns muss klar sein, ein wesentlicher Bestandteil der Feuerwehr Hessens ist der der Freiwilligen Feuerwehr. In Pressemeldungen vom Jahr 2020 wurde erklärt, dass zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft sämtliche Aus- und Weiterbildungen, ebenso Übungsdienste eingestellt wurden. Die Freiwilligen Feuerwehren haben aus eigener Kraft eine Lösungsoption gesucht und soweit möglich Unterrichtsinhalte über Videokonferenzen realisiert. Das mag in der Theorie funktionieren, für die Praxis aber nicht. Und wenn ich hier höre, dass sich Übungsinhalte per E-Learning gut vermitteln lassen, derjenige hat zwar eine Meinung, lieber Kollege von den Grünen, aber keine Ahnung. Die katastrophale Situation wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass schon jetzt vorsorglich die hessische Feuerwehrleistungsübung am 12.09.2021 ausgesetzt wurde. Natürlich wäre es unverantwortlich, Feuerwehrleute und Einsatzkräfte einem erhöhten Risiko auszusetzen, weil Übungen zu Übertragungsorten werden. Es muss jedoch die berechtigte Frage erlaubt sein, ob eine umfassende Einstellung des Lehrbetriebs, das Herunterfahren der Übungen usw. nicht mindestens genauso unverantwortlich ist. Die freiwilligen Feuerwehren sind eine der tragenden Säulen der Feuerwehr insgesamt. Viele Kommunen müssen sich auf eine funktionierende, freiwillige Feuerwehr verlassen, denn die Berufsfeuerwehr alleine kann im Notfall nicht angemessen Sicherheit bieten bzw. überall vor Ort sein. Ist es nicht vielmehr so, dass die kontinuierliche Einsatzübung dazu dient, Rettungsabläufe im Ernstfall routiniert durchführen zu können? Bei einem Brand muss jeder Handgriff sitzen. Das ist lebensnotwendig für Retter und Zurettende. Machen wir es kurz, meine Damen und Herren. Unsere freiwilligen Feuerwehren müssen üben dürfen. Maßnahmen sollten aber stets verhältnismäßig sein. Ein Appell, der sich an die Vorsicht der Feuerwehrleute gerichtet, in Verbindung mit einer soliden Schutzausrüstung und technischer Hilfsmittel sowie einem vernünftigen Hygienekonzept, womöglich eine solide Lösung wäre. Noch einen Punkt dürfen wir nicht vernachlässigen. Menschen sind soziale Wesen. Wir erleben das durch die restriktiven Maßnahmen im Sport. Die Vereine leiden und ein Mitgliederschwund wird beklagt. Wie wird sich das bei den Feuerwehren verhalten? Die Motivation für viele Männer und Frauen, in die freiwilligen Feuerwehren einzutreten, ist mit der aktiven Teilnahme verbunden. Wenn wichtige Übungsinhalte wegfallen, wenn die gesamten zwischenmenschlichen Kontakte in dieser Struktur quasi eingefroren sind, kann niemand sagen, wie sich das auf die Bereitschaft unserer Helfer auswirkt. Es muss damit gerechnet werden, dass Bürger ihr ehrenamtliches Engagement einschränken, weil ihnen schlicht die Perspektive fehlt. Deshalb ist es umso wichtiger, eine Lösung zu finden, die dem Gesundheitsschutz Genüge leistet und dennoch den Charakter der Mitgliedschaft in einer freiwilligen Feuerwehr bewahrt und stärkt. Abschließend möchte ich mich noch von ganzem Herzen bei all den Frauen und Männern, die sich durch ihr Engagement bei der freiwilligen Feuerwehr in den Dienst der Öffentlichkeit stellen, bedanken. Herzlichen Dank dafür und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Dirk Graf. Nächster Redner ist der Kollege Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren unter Corona-Bedingungen ist ein wichtiges Thema. Die SPD beklagt zu Recht, dass die Einsatzfähigkeit der freiwilligen Feuerwehren unter Corona-Bedingungen gefährdet ist, weil der Innenminister wieder einmal den Herausforderungen nur oder eher hinterherläuft. Da kann ich der SPD nur zustimmen. Als LINKE sagen wir, es braucht erhebliche Maßnahmen, um die Corona-Pandemie halbwegs in den Griff zu bekommen. Wie diese Maßnahmen vonseiten der Regierung gestaltet sind, ist oft nicht zu verstehen, und zwar weder unter dem Gesichtspunkt der Pandemiebekämpfung noch unter dem Gesichtspunkt gesamtgesellschaftlicher Verantwortung. Im Falle der freiwilligen Feuerwehren ist es überhaupt nicht zu verstehen, dass Ihnen seit über einem Jahr nahezu alle Möglichkeiten der Übungen und viele Weiterbildungen fehlen. Es gibt bis heute nicht einmal einen Plan, wann und wie, durch die Impfkampagne und durch Tests wieder möglich sein wird. Das ist unbegreiflich. Meine Damen und Herren, wenn die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen hier darstellen, es sei doch alles wunderbar und in Butter, dann kann ich nur sagen, ich weiß nicht, auf welcher Homepage Sie waren. Ich war gestern noch auf der Homepage des Landesfeuerwehrverbands. Da prallt mir sozusagen der Protest wegen der mangelnden Impfung direkt entgegen. Offensichtlich haben Sie auch keine Briefe von Feuerwehren, von örtlichen, kann ich nur sagen, an dieser Stelle. Was ja interessant wäre, dass Sie sozusagen nicht mehr angeschrieben werden in dieser Frage, sondern von den örtlichen Feuerwehren, von den freiwilligen Feuerwehren, die Oppositionsfraktionen, wir haben auch zahlreiche Briefe erhalten, in der Hoffnung, dass das sozusagen hier vorankommt. Also hören Sie auf mit Ihrer Schönfärberei und dem Schönmalen hier. Die realen Verhältnisse sind ganz andere. Deutschland ist eines der wenigen Länder der Welt, in dem man, ich weiß, dass Ihnen das wehtut, Herr Müller, weil Sie ja immer wieder so tun, als sei sozusagen die Feuerwehr das liebste Kind oder eins der Lieblingskinder der CDU. Jetzt sehen Sie mal, dass das nicht so ist. Nehmen Sie es wenigstens mal zur Kenntnis und denken Sie mal nach, bevor Sie hier weiter sozusagen reinrufen. Meine Damen und Herren, Deutschland ist eines der wenigen Länder der Welt, in dem man sich ganz wesentlich auf gut ausgebildete, gut ausgestattete, aber eben ehrenamtliche Feuerwehren verlässt. Dieses System stand schon vor Corona vor vielen Herausforderungen. Denn bei den Einsätzen geht es ja selten nur um Feuer, sondern oft um biologische, um chemische oder auch um Verkehrsunfälle bis hin zum Katastrophenschutz. Das ist hochtechnisch und nur durch sehr gut ausgebildete und geübte Kräfte zu bewältigen. Stichwort Elektroautos, die völlig anders auch zu behandeln sind in der Situation. Und das muss man lernen und üben. Und da reicht es auch nicht, sozusagen das online zu üben. Das muss in der Praxis erfolgen. Und das ist nur ein Beispiel. Mindestens 40 Ausbildungsstunden muss man pro Jahr üben und ausbilden, um Führungsaufgaben und Spezialisierung von Spezialisierung ganz zu schweigen. Die zweite Herausforderung, auch ohne Corona, in der Fläche wird die Bevölkerung älter und weniger und das Engagement geht zurück. Die freiwilligen Feuerwehren haben dort große Mühe, überhaupt genug Einsatzkräfte zu finden. Und deshalb verdienen sie gerade in solchen schwierigen Zeiten die entsprechende Unterstützung und auch die Würdigung. Also, in dieser Situation gibt es durch Corona seit über einem Jahr keinerlei Konzept des zuständigen Ministers wie die dennoch Aus- und Fortbildung oder Übungen, zum Beispiel Atemschutz. Auch das kann man nicht sozusagen, ich stelle mir das gerade vor, also sozusagen online, durchgeführt werden. Gemessen daran, dass komplette Zweige der Wirtschaft von Einschränkungen ausgenommen oder in Gänze unkontrolliert sind, ist diese Prioritätensetzung nicht zu verstehen. Deshalb, Herr Minister, kommen Sie endlich mit den Impfungen in die Pötte. Hessen hinten können wir uns auch hier nicht länger leisten. Legen Sie also Verordnungen vor, die den Geimpften, Genesenen oder negativ Getesteten unter Beachtung von Hygieneregelungen auch in Feuerwehren an Aus- und Fortbildung und Übungen teilnehmen können. In diesem Sinne recht herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Hermann Schaus. Das Wort hat jetzt der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, liebe Kollegen von der Opposition, Sie leisten weder den Feuerwehren noch dem Ehrenamt einen Dienst, eine solche Debatte hier loszutreten. Es wird Ihnen nichts nützen, und es wird am Ende unser aller Ansehen schaden. Aber Sie haben entschieden, dass Sie das hier diskutieren wollen, dann diskutieren wir das. Lieber Herr Kollege Eckert, ich bin mir sicher, wenn Sie hier erklären, ich würde von oben herab mit den Feuerwehren umgehen, dann würde es wahrscheinlich niemanden in der hessischen Feuerwehr geben, der das unterschreibt. Aber insbesondere wird dieser Eindruck sicherlich nicht bestätigt vom Präsidium des Landesfeuerwehrverbandes, von den Kreisbandinspektoren, mit denen wir in mehreren Videoschaltkonferenzen im letzten Jahr das Thema Pandemie besprochen haben, rauf und runter. Und, meine Damen und Herren, im letzten Jahr, Frau Kollegin, in den letzten 13 Monaten zuletzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Ende März, Anfang April. Und, meine Damen und Herren, die Pandemie geht eben auch nicht an den Feuerwehren vorbei. Das ist so. Am Ende ist es so, dass natürlich die Aufregung, die Einschränkung, die das bedeutet, alle belastet in unserer Gesellschaft, auch die Feuerwehren. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir gemeinsam mit den Feuerwehren, mit dem Landesfeuerwehrverband, mit den Kreisbrandinspektoren immer einen guten, erstens, Austausch hatten und einen guten Weg gefunden haben, wie wir durch diese Pandemie durchkommen. Und durch diese Pandemie durchzukommen, hat halt eben Restriktionen. Die Infektions, das Infektionsgeschehen geht halt eben auch nicht an Feuerwehren vorbei. Und deswegen muss man natürlich auch die pandemischen Voraussetzungen bei der Frage der Ausbildung berücksichtigen. Das ist doch jetzt nicht ungewöhnlich. Das machen wir an Universitäten, das machen wir an Schulen, das machen wir in der Ausbildung, das machen wir in Betrieben. Natürlich muss die Feuerwehr sich mit dieser Frage auch auseinandersetzen. Und das tut sie. Und wir werden und haben sie dabei bestmöglich unterstützt. Und, lieber Herr Kollege Müller, lieber Herr Kollege Müller, lieber Herr Kollege Müller, das, was Sie eben hier erklärt haben, dass wir mit der Art und Weise, wie wir die Feuerwehren unterstützen, den Einsatz vor Ort gefährden, da sollten Sie noch mal eine Sekunde drüber nachdenken. Das ist ein solcher Unsinn. Das ist ein solcher Unsinn. Die Standortausbildung, meine Damen und Herren, ist natürlich nicht verboten, sondern ermöglicht. Leider ist es so, dass an vielen Stellen die Bürgermeister gesagt haben, wir wollen im Moment keine Standortausbildung. Das ist so. Wir haben noch mal in einem Erlass klargestellt, dass die Standortausbildung ausdrücklich erlaubt ist und gewünscht ist, damit Feuerwehren sich eben entsprechend ausbilden können. Wir haben darüber hinaus die Kreislehrgänge in der Tat an eine 35er-Inzidenz gebunden. Ja, das macht auch Sinn, wenn man mal eine ganz kurze, Sekunde sachlich über eine solche Frage nachdenkt. Wenn man nämlich aus dem ganzen Kreis an einem Wochenende aus vielen Feuerwehren, die Leute an einem Ort zusammenzieht und dann ein Infektionsgeschehen hat und eine Infektionskette hat, dann hat man der Sache keinen Dienst erwiesen. Das muss man halt mal begreifen. Das muss man halt mal begreifen, Frau Kollegin. Meine Damen und Herren, natürlich gibt es einen Unterschied an der Landesfeuerwehrschule bei der Ausbildung von Berufsfeuerwehrleuten und ehrenamtlichen Leuten. Das hat nämlich was mit der Feuerwehrlaufbahnverordnung und mit dem Dienstrecht zu tun, meine Damen und Herren. Wir müssen für die Berufsfeuerwehrleute den Betrieb aufrechterhalten, damit sie ihre Ausbildung entsprechend durchführen können und die dienstlichen Voraussetzungen für ihre Arbeit haben. Und es ermöglicht uns, dass, wenn wir die Ehrenamtlichen dort im Moment nicht ausbilden, dass wir dann auch die Abstände, die Hygieneregeln usw. einhalten können, dass die Berufsfeuerwehrleute sicher ihre Ausbildung machen können. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Rock? René, auf, drück. Herr Minister, habe ich Sie richtig verstanden, dass es in Hessen eine Feuerwehr erster Klasse und eine Feuerwehr zweiter Klasse gibt? Herr Minister. Sehen Sie, meine Damen und Herren, Herr Kollege Rock, Sie leisten dem gemeinsamen Anliegen nichtpolizeilicher Gefahrenabwehr wirklich keinen Dienst, wenn Sie diese Unterscheidung machen. Beifall bei der SPD, der LINKEN, der LINKEN, der LINKEN, der LINKEN und der LINKEN und der LINKEN Herr Innenminister, gestatten Sie noch eine Zündung, Kollegin Faeser. Bitte sehr, nennen Sie sie. Herr Innenminister, wieso werden denn die Ausbildungen, die Sie gerade so als gefährlich beschrieben haben, weil viele Leute zusammenkommen für die Berufsfeuerwehren in Hessen, denn an der Landesfeuerwehrschule genehmigt und für die Freiwilligen Feuerwehren nicht? Diesen Widerspruch müssten Sie hier schon einmal erklären. Herr Innenminister, Sie wissen, Frau Kollegin Faeser, wir haben schon einmal häufiger über die Frage des Zuhörens miteinander gesprochen. Ich habe Ihnen das gerade vorgetragen. Es gibt einen Unterschied, der aus dem Dienstrecht kommt. Das war genau das, was ich gerade vorgetragen habe. Aus diesem Dienstrecht heraus ergibt sich, dass die dienstrechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz der Berufsfeuerwehrleute in den Berufsfeuerwehrstandorten an diese Ausbildung gekoppelt und gebunden ist und deswegen dort ein Unterschied zu machen ist. Und die Tatsache, dass wir im Moment die Ausbildung für die freiwilligen Feuerwehrleute an der Feuerwehrschule auslassen, haben wir die Möglichkeiten, dort den Platz, die Abstände, die Möglichkeiten, die Hygieneregeln und die Lehrsäle so auszunutzen, dass ungefährdet für die Gesundheit derjenigen, die dort ausgebildet werden, der Unterricht stattfinden kann. Das ist sozusagen vernunftgetragene Ausbildungspolitik bei den Feuerwehren. Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. Jawohl, ich komme zum Schluss. Zur Frage der Impfpriorisierung ist hier insofern das Richtige gesagt worden. Es gibt eine Reihenfolge, an die wir uns entsprechend gehalten haben. Das ist der Bekämpfungsstrategie der Pandemie der Bundesregierung geschuldet. Nach meinem Wissen sind Sozialdemokraten daran beteiligt. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, sondern ich möchte nur darauf hinweisen, dass bereits Anfang April mit den Feuerwehren bereits ein Verfahren ausgemacht worden ist, wie nach einer Öffnung der Priorisierung III am Ende die Durchimpfung der 74.000 Feuerwehrleute stattfinden kann. Auch das könnten Sie zur Kenntnis nehmen. Wir fangen nicht am Freitag damit an. Wir fangen Wochen und Monate vorher an, und es wäre gut gewesen, wenn Sie diesen Unsinn dieser Aktuellen Stunde hier unterlassen hätten. Vielen Dank. Beifall Freie Demokraten, AfD, SPD und DIE LINKE und vereinzelt Freie Demokraten und vereinzelt SPD, AfD und Freie Demokraten und DIE LINKE Vielen Dank, Herr Minister. Da hat sich der Kollege Günter Rudolph gemeldet. Ist das zur Geschäftsordnung? Bitte. Herr Präsident, wir verbieten uns die Bemerkung des amtierenden Innenministers, die Aktuelle Stunde der SPD sei Unsinn. Das steht dem Mitglied der Landesregierung nicht zu, hier die Fraktion der SPD im Hessischen Landtag zu beleidigen. Machen Sie endlich mal ordentlich Ihren Job. So, jetzt sind wir am Ende der Debatte. Diese beiden Anträge der SPD wollen wir in den Ausschuss überweisen. Gut, dann gehen sie in den Innenausschuss, Tagesordnungspunkt 62 und Tagesordnungspunkt 73.